Ihr kennt sicherlich das Problem. Ihr habt Online-Unterricht, teilt euren Bildschirm, wollt euren Zuhörern etwas zeigen, aber die Maus ist nur so klein und es ist super schwer zu folgen, gerade wenn ihr einen hochauflösenden Bildschirm habt. Also, wie kann man die Maus highlighten? Darum geht dieses Video. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de und ich stelle euch hier zwei Möglichkeiten vor, wie ihr eure Maus highlighten könnt. Möglichkeit Nummer eins ist einfach mit den in Windows eingebauten Einstellungen. Da braucht ihr nicht viel für. Und Möglichkeit Nummer zwei ist mit einem extra Programm, das ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Ist ein bisschen aufwendiger, erlaubt aber mehr Einstellmöglichkeiten. Lasst uns loslegen. Die erste Methode, um seine Maus mit einem so wunderschönen Kreis auszustatten, geht ganz einfach. Man ändert einfach die Einstellungen in Windows. Bevor wir das aber machen, brauchen wir erstmal einen entsprechenden Mauszeiger, den wir also austauschen können. Und da gibt es zum Beispiel die Seite rw-designer.com, gibt wahrscheinlich auch andere Seiten. Ich habe jetzt die, weil die von vielen Tutorials immer verwendet wird. Ihr geht dort einfach auf Gallery auf dieser Seite. Ihr seht, der Link ändert sich oben in Schrägstrich Gallery. Und dann gibt es hier schon, ja, gehighlightete Cursor. Ich nehme dieses Original Windows 10 Highlighted Cursor. Also, das sind die normalen Windows 10 Cursor, so wie ihr eure Maus kennt. Nur halt mit einem Umriss. Und ihr könntet jetzt hier einfach dieses Original Windows 10 Highlighted Cursor Paket herunterladen. Das ist dann, wenn wir das herunterladen, ein ZIP-Pfeil. Da sind mehrere von diesen Cursoren drin. Ich mache das mal. Datei speichern. Ich speichere die natürlich dort, wo ihr euch das merken könnt. So, wenn ihr das heruntergeladen habt und entpackt habt an eurem Speicherort, habt ihr diesen Ordner hier. Ihr seht hier verschiedene Maus-Icons. Und alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist, die Windows-Einstellung zu öffnen und die vorhandene Maus zu ersetzen. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur unten links in der Suche bei Windows mal eingeben, Mauseinstellung. Das kommt dann schon automatisch. Oder hier direkt Mauseinstellung ändern. Da könnt ihr draufdrücken und erhaltet ihr ein solches Fenster. Dort gibt es die Reiter weitere Maus-Option ganz rechts. Da drückt ihr drauf und dann erhaltet ihr das hier. Und ja, ihr habt jetzt eure Eigenschaften eurer Maus. Da könnt ihr auch einstellen, wie schnell das Ding doppelt klickt, wie sich dieses Rad verhält und so weiter. Was uns interessiert, ist hier die Rubrik Zeiger. Und dort gibt es jetzt die verschiedenen Mauseigenschaften, also diesen Cursor, wie der sich verändern kann in Windows 10. Und alles, was ihr jetzt eigentlich tun müsst, ist zum Beispiel jetzt diesen normalen Auswahlcursor auszutauschen mit dem, was ihr gerade runtergeladen habt. Dazu geht ihr auf Durchsuchen und wählt dann, also ihr navigiert natürlich oben zu dem Ordner und dort wählt ihr dann einfach hier das allererste Arrow aus sozusagen. Und ihr seht auch, das wird jetzt hier direkt angezeigt. Das Ding ist jetzt hier gelb. Jetzt muss ich mal meine eigenen Highlighter ausschalten. So, also das wäre die meine normale Windows-Maus. Und wenn ihr jetzt aber auf Übernehmen drückt, habt ihr hier sofort einen kleinen gelben Highlighter. Ihr seht, es funktioniert. Ihr könnt auch die restlichen Symbole, wenn ihr das wollt, austauschen und habt dann bei allen automatisch diesen gelben Hintergrund immer. Wenn euch das irgendwann stört und ihr möchtet das rückgängig machen, geht ihr einfach in die Zeigeroption, drückt einmal auf Standard wiederherstellen bei der jeweiligen Rubrik und dann auf Übernehmen. Und jetzt seht ihr, jetzt habt ihr wieder eure normale Maus. So könntet ihr es ganz einfach umstellen. Das Problem, was ihr jetzt bei dieser Option habt, das ist vermutlich die einfachste, aber das Issue ist, dieser Kreis um die Maus ist jetzt nicht wirklich groß. Diese Webseite hat natürlich auch noch andere Icons, die ihr jetzt auswählen könntet, aber das ist nicht wirklich individualisierbar. Also ihr könnt das nicht an eure Auflösung vom Bildschirm anpassen. Deswegen kommen wir jetzt zu der zweiten Möglichkeit, die, die ich verwende, wenn man etwas fortgeschrittener seine Maus einstellen möchte. Ich verwende ein Programm, eine Art Skript, das heißt Cursor Highlighter 2.2. Wenn man das heruntergeladen hat, muss man da einfach nur einmal draufdrücken erstmalig. Man erhält dann diese Anzeige hier. Möchten Sie zum ersten Mal so quasi einen Ordner mit Standardeinstellung erstellen. Da drückt man auf Ja und dann aktiviert sich direkt jetzt hier dieser Highlighter und auf meinem Primärbildschirm unten in der Ecke sieht man jetzt, wenn ich hier ein Pfeil aufmache, da gibt es das Programm Cursor Highlighter und hier kann man dann unter Aufgaben oder unter Settings wunderbar die Farbe und auch die Größe dieser Maus festlegen und alles, was ich tun muss, um dieses Programm zu schließen, ist wieder drauf zu drücken und auf Exit zu drücken und dann ist die Maus wieder normal. So, wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir an dieses Programm? Was müssen wir machen, damit es funktioniert? Alles, was ihr zum Installieren machen muss, ist eigentlich ein Zweischritt Prozess. Zunächst einmal müsst ihr auf die Seite von Beuyswert Lab gehen. Ich lege euch den Link auch in YouTube unten rein. Dort auf der Seite scrollt ihr ein bisschen runter und direkt als allererstes kommt die erste Voraussetzung, die man haben muss, um dieses Programm zu verwenden. Man muss ein weiteres Programm, nennt sich Auto-Hotkey, herunterladen. Ich öffne das mal, ist eine Webseite kostenlos, hier kann man herunterladen und installieren. Das braucht man, um dieses Maus-Skript auszuführen. Also einfach herunterladen, installieren, das muss ich jetzt nicht zeigen, das ist relativ trivial. Wenn ihr das gemacht habt, und ihr habt Auto-Hotkey installiert, dann geht ihr auf dieser Seite, auf der wir ja waren, ein bisschen weiter runter und dann findet ihr unten das sogenannte Cursor-Highlighter Version 2.2, also was ich euch eben gezeigt habe. Ihr wählt einfach hier den Download aus und dann kommt ihr auf eine Google-Seite. Hier wählt ihr auf Downloaden, spezifiziert natürlich euren Speicherort, ja, also geht ihr auf Speichern und dann erhaltet ihr diese Datei Cursor-Highlighter 2.2. Alles was ihr dann machen müsst, ist hier einmal drauf zu drücken. Natürlich, wenn ihr wie gesagt Auto-Hotkey vorher installiert habt, also ihr macht dann, wenn ihr das erledigt habt und das hier runtergeladen, einmal Doppelklick, dann kriegt ihr halt diese Anzeige und dann seid ihr genau in den Schritten, die ich euch vorher gezeigt habe. Ihr drückt einmal auf ja, das Programm generiert sich. So, und wenn ihr das jetzt zum ersten Mal gestartet habt, ihr seht ja schon, es ist gelb, dann könnt ihr auch natürlich in die Einstellungen gehen. Ihr müsst dann nur hier unten rechts in eurem Windows auf diesen Pfeil gehen, hier diesen Cursor-Highlighter, das Programm auswählen, rechtsklick da drauf, dann auf Settings und wie eben eingangs schon gezeigt, hier könnt ihr jetzt unter Highlighter-Settings die Farbe von eurem Cursor wählen. Zum Beispiel könntet ihr den hier auf Pink stellen, auf OK drücken und dann ist der halt eben Pink und dann drückt ihr einfach auf Done. Wenn ihr das nicht mehr haben wollt, geht ihr einfach wieder unten hin, geht wieder mit rechtsklick auf den Cursor-Highlighter, drückt auf Exit, der Highlighter ist aus und wenn ihr ihn wieder anhaben wollt, müsst ihr einfach nur auf dieses Skript gehen, was ihr irgendwo runtergeladen habt. Das ist also auch gleichzeitig eure Startverknüpfung. Ihr drückt wieder drauf, das Programm ist wieder an, mit der zuletzt verwendeten Farbe gespeichert und das wird natürlich auch in Videokonferenzen, im Unterricht wunderbar übertragen und die Schüler können euch folgen und ja, ich übertreibe das jetzt mal, wenn ihr es ganz groß haben wollt, geht ihr einfach hier nur unter Highlighter-Settings, zum Beispiel auf Width and Height, mein Englisch ist nicht so gut, drückt jetzt hier mal auf 400 und dann habt ihr jetzt den Cursor-Highlighter für Blinde. Ja, das war's auch schon mit diesem kurzen Video zum Thema Maus-Highlighten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist futureministeach.de. Bis bald!